Mein Name ist Stefan Erb, ich bin Schäfermeister hier in Bleckhede. Ich betreibe schon seit gut 30 Jahren hier eine Deichschäferei. Wir pflegen mit so bummelig 1000 Mutterschafen 30 Kilometer Deichflächen. Also wir haben mittlerweile 14 Herdenschutzhunde im Einsatz und das größte Teil sind halt Pyrenäenberghunde, die wir haben, weil wir einfach von diesem Wesen dieser Hunde kommen wir am besten mit zurecht hier in der Region. Und diese beiden hier, das sind sogar, da haben wir ein bisschen gekreuzt, also mit jugoslawischen Hunden und mit türkischen Hunden. Also das ist sogar so eine Dreirassenkreuzung, die wir hier haben. Die haben wir schon selbst gezogen. Mein Name ist Nicole Benning, ich bin 52 Jahre alt und habe mit meinem Mann die Schäferei Wimmerniederung mit einer Herde von etwa zweieinhalb tausend Schafen und einigen Ziegen, wie man sehen kann. Und wir arbeiten und züchten seit einigen Jahren Herdenschutzhunde, wie die beiden Herrschaften hier neben mir der Rasse Kangal. Die Grundeigenschaften sind bei allen Herdenschutzen und Rassen gleich. Sie sind ausgesprochen territorial und sie verfügen über die Fähigkeit, sich mit anderen Weidetieren zu sozialisieren, die also als ihre Familie anzunehmen. Dann gibt es eben noch rassetypische Unterschiede, also zum Beispiel Pyrenäenberghunden ist, die bellen immer. Und das ist zum Beispiel, wenn man jetzt in der Nähe von Wohnbebauung unterwegs ist, kann das schwierig werden. So die Erfahrung, die wir mit Kangals gemacht haben, ist halt, wenn der Reiz einfach permanent da ist, dann wird der irgendwann nur noch beobachtet und wird gar nicht mehr aktiv, sag ich mal, bekämpft. Wir haben den Eindruck gewonnen, dass der Kangal sich klarer positioniert im Hinblick auf die Wolfsabwehr. In Niedersachsen gibt es aktuell 39 bestätigte Wolfsrudel. Das heißt, wir gehen von einem minimalen Bestand von ca. 350 bis 400 freilebenden Wölfen aus. Und wir haben in 2012, als die ersten in freier Wildbahn geborenen Wolfswelpen in Niedersachsen dokumentiert wurden, beschlossen, dass wir unsere Herden nicht nur durch Elektrozäune, sondern zusätzlich durch Herdenschutzhunde schützen möchten. Also den Zaun brauchen wir ja erstmal, die brauchten wir ja schon immer, damit die Schafe nicht weglaufen. Seit der Wolf wieder da ist und auch in der Region ist, hat sich das natürlich, kann man schon sagen, komplett geändert. Jetzt ist eigentlich mehr der Fokus gleichzeitig zu dieser Beweidung der Flächen halt den Wolf draußen zu halten. Also die Wölfe, die bei uns sind, haben halt die Zäune übersprungen und da sind wir dann zuerst auf 1,05 Meter hochgegangen. Das hat aber jetzt in unserem Fall auch nicht gereicht hier, weil da ist der Wolf auch rüber, ist auch über 1,20 Meter gesprungen. Und darum geht es jetzt hier bei uns in der Region mit diesen Wölfen, die wir vor Ort haben, mit diesem Rudel tatsächlich nur noch mit diesen Hunden. Herdenschutzhunde ohne Zäune geht, aber wenn ich an einen Hüteschäfer denke, der jetzt mit seiner 400-köpfigen Herde irgendwo lang zieht und der soll jetzt auch noch zusätzlich Herdenschutzhunde managen, das halte ich tatsächlich für schwierig. Wenn man in der Aufwuchsphase, wenn man die Hunde aufzieht, wenn man so wie diese beiden, die sind bei uns geboren, dass die wirklich gut sozialisiert sind auf Menschen und die Rasse stimmt und das Wesen stimmt, dann kriegt man das auch ganz gut hin. Ein Welpe bringt alle genetischen Merkmale mit, die er braucht, um Herdenschützer zu werden. Also man muss dem Hund eigentlich nicht das beibringen, was er tun soll, sondern das, was er nicht tun soll. Also man muss im Grunde genommen den Hund im Idealfall mit einem älteren Hund anleiten, der aber wiederum Fehlverhalten auch nicht unterbindet. Und dann muss man eben gucken und die Entwicklung des Hundes beäugen und die Signale erkennen. Das sehe ich halt am Verhalten der Schafe. Also im Grunde ist es halt für uns wichtig, dass die Hunde gerade den Menschen gegenüber keine übertriebene Aggression zeigen. Ja, also wir möchten eigentlich, dass sie auch, sie können gerne mal einen Fremden verbellen und wenn ein Hund dabei hat, können sie auch noch ein bisschen lauter bellen. Aber wir möchten nicht, dass wirklich die Hunde aggressiv auf Menschen reagieren. Also was wir leider in letzter Zeit zunehmend sehen, sind also Anfeindungen von Leuten, die an der Herde vorbeigehen und gehen und die sich durch die drinnen sie begleitenden und bellenden Hunde belästigt fühlen. Es gab auch mehrfach schon Situationen, wo sie draußen anderen Menschen begegnet sind, auch mit Hund. Es gab toi toi toi, bislang keinen einzigen Konflikt. Wenn der Hund, der andere Hund sich adäquat verhält, dann passiert da auch nichts. Aber wenn er das nicht tut und ich habe natürlich völlig gestörte Pfiffis da draußen, dann kann das auch zu Konflikten kommen. Es ist schon viel Gesprächsbedarf bei den Leuten, also auch viel interessierte Fragen, weil teilweise jetzt jemand, der hier aus Nordrhein-Westfalen oder so Urlaub macht, der fragt dann natürlich, warum sind die Hunde hier drin? Sagen wir ja, weil wir mit Wolf und ja, aber hier gibt es doch keine Wölfe. Also es ist immer noch nicht so wirklich richtig transportiert, dass der Wolf doch schon relativ große Gebiete jetzt hier in Niedersachsen besiedelt hat und das wird immer noch nicht so wahrgenommen. Es gibt mal einzelne, die einfach wahnsinnige Angst vor Hunden haben und für die ist das dann jetzt schon auch eine Stresssituation, wenn so ein Herdenschutzhund neben denen herläuft, wenn auch noch der Zaun dazwischen ist, aber das gibt es schon. Und was ein bisschen Problem ist, sind Anwohner. Also teilweise zieht der Deich sich ja auch hier in den Elbmarschdörfern entlang und da haben wir schon nachts öfters mal ein bisschen Ärger gehabt mit Lärmbelästigung, wenn die Hunde dann nachts viel bellen und das Schlafzimmerfenster 30, 40 Meter weg ist vom Deich. Das schafft schon mal ein bisschen Unmut bei den Anwohnern. Also wenn ich mich defensiv verhalte, dann sollte von einem gut sozialisierten Herdenschutz schon keine Gefahr ausgehen. Wir haben jetzt hier vor Ort nur, das nennt sich das Wendisch-Everner Rudel, das sind nur zwei Wölfe. Wenn halt dann 7, 8, 9, 10 Wölfe nachts kommen und wollen an die Schafe ran, dass dann klar zwei Hunde auch nicht viel ausrichten können. Also wenn ich jetzt wirklich die Herden mit sechs, sieben Hunden schützen müsste, um sie noch sozusagen sicher zu halten, dann ist es schon wirklich eine große Logistik und ein großes Know-how, was man dann irgendwie braucht. Und auch finanziell wird es dann auch irgendwann die ganze Sache gerät in eine Schieflage, das ist dann so. Und dadurch, dass wir jetzt hier wirklich die Hunde brauchen, das ist halt schon wirklich, das ist bei uns eigentlich ein Arbeitsplatz, der da geschaffen wurde, was wir aber im Moment halt alles so betrieblich irgendwie wegdrücken müssen. Das ist halt für uns ganz wichtig jetzt mit diesen Hunden, dass wir da eine Unterhaltsförderung brauchen, also das brauchen wir wirklich, dass wir das auf Dauer so gewährleisten können. Ich will es nicht ausschließen, der Druck nimmt zu. Also wir haben im letzten Winter vermehrt Druck festgestellt und wenn man dann halt insbesondere noch junge Hunde stehen hat, die vielleicht noch nicht so erfahren sind, dann mag das sein, dass die Wölfe das versuchen. Also entscheidend ist, man kann Wölfe ja erziehen. Also wenn ich von vornherein vernünftig schütze, dann kann ich den Wolf dazu erziehen, dass er Weidetiere, die so entsprechend geschützt werden, also mit solchen Zäunen und oder Herdenschutzhunden, dass er die meidet. Vom Müssen her würde ich halt immer sagen, es muss überhaupt nicht jeder Herdenschutzhunde halten, es sollte auch nicht jeder Herdenschutzhunde halten. Das ist eine Entscheidung, die sollte man gut überdenken. Und dann kann das also durchaus auch was für Halter von Kleingruppen sein. Also seitdem wir mit Hunden arbeiten, haben wir nachweislich mehrfach, also sowohl Spuren gefunden außen am Zaun. Wir sind uns ziemlich sicher, dass nahezu an jeder Herde schon Wölfe vorbeigekommen sind. Und wir haben sie auch schon live und in Farbe gesehen, während wir in der Herde waren. Aber es gab keine Gründe anzunehmen, dass es einen unmittelbaren Kontakt gegeben hat. Seit wir die Hunde jetzt allerdings komplett alle Herden mit Hunden geschützt haben, ist toi 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 im Moment bei uns. Seitdem hatten wir keinen Übergriff mehr. Wenn ich das prozentual gewichten sollte, dann würde ich sagen 60 bis 70 Prozent Schutz erreiche ich durch einen vernünftig aufgestellten elektrifizierten Zaun mit einer vernünftigen Erdung. Und wenn ich dann feststelle, okay, ich habe trotzdem noch womöglich Übergriffe, dann kann eben der Herdenschutzhund das Zünglein an der Waage sein, was die Wölfe letztlich dann fernhält.